Wollt ihr wissen, wie das Trinkwasser in den Wasserhahn kommt? Dann seid bereit! Das Wasserwerk Scharlins ist eines von insgesamt sechs Wasserwerken der Lins AG. Von hier aus werden jeden Tag 100.000 Menschen mit bestem Trinkwasser versorgt. Das Wasserwerk Scharlins ist das Herzstück der Linser Wasserversorgung. Und in der Wasserwelt selbst haben wir eine Ausstellungswelt eingeliefert für unterschiedliche Zielgruppen. Die Initiative zum Projekt Wasser zum Angreifen kommt daher, dass wir die Wasserwelt für die Kinder, also eher für die kleineren Kinder, attraktiver gestalten. Und was gibt es dazu Besseres, als die Kinder selbst zu fragen und ihre Ideen einzubringen, wie sie ihre Wasserwelt erlebnisreicher haben wollen? Unter den eingereichten Ideen befand sich zum Beispiel auch das Maskottchen Schali, aber auch tolle Ideen, wie der Brunnengang belebt werden kann, mit einem Aquarium zum selber gestalten. Dieses haben wir bereits umgesetzt und viele Kinder haben ihre Fische, ihre selbst gemalten schon dort angebracht. Mir hat gefallen, wie wir das Spiel 1, 2 oder 3 zu den Fragen gemacht haben, wie wir uns den Brunnen angesehen haben, wie wir die Fische angemalt haben und wie wir 1, 2 oder 3 gespielt haben. Die Kinder sind begeistert und mittlerweile sind so zwei bis drei Führungen wöchentlich hier im Wasserwerk, die wir organisieren und abhalten. Die Kinder 100%